So, Abzweigung von der Route des Alps Richtung Col du Corbier. Untertitelung des ZDF, 2020 Hoppla, da wäre ich fast ins Dorf gefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Hoppla, da wäre ich fast ins Dorf gefahren. 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 Die über den Mitten im Chablis gelegenen Col du Corbier führende Strasse verbindet Cetrou mit Bonnevaux. Die Straße ist gut zu fahren und bietet neben schöner Landschaft auch eine interessante Streckenführung mit etlichen Kehren. Die Scheitelhöhe des Passes ist jedoch eher unspektakulär. Sie ist Basisort des Skigebietes Le Biot und hat im Sommer die dementsprechende Atmosphäre. Jetzt bleibe ich gleich zur Sicherheit beim Schild stehen. Die Schildöhe des Skigebietes Le Biot und hat einen großen Typhäre. Aber da gibt es wieder mal ein richtiges Passschild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.